Ich empfange Komm-Signale tief in der Kammer. Jeder mit einem Radio hätte Rasputins Notruf hören können. Wenn wir es nicht abschalten, dann wartet das halbe Kosmodrom vor seiner Haustür. Das war's für heute. Ich kann versuchen, uns da durchzuhacken. Aber Rasputin freut sich wahrscheinlich nicht darüber. Seine Systeme sind jetzt schon unter Stress. Es muss einen anderen Weg geben, um sie zu umgehen. Versuche, einen Weg zu finden, um direkten Zugang zu den Systemen zu erlangen. Könnte unsere einzige Möglichkeit sein. Er ist nicht gerade erfreut. Du bist durch. Das allein zählt jetzt. Diese ganze geballte Kraft. Eines Tages werden wir eine Kommunikation mit dem Kriegsgeist aufbauen. Mit ihm sprechen. Ihn verstehen. Sollten wir jemals ein zweites goldenes Zeitalter erreichen, dann mit Rasputin an unserer Seite. Er ist nicht so. Oh! Schüter gefallen! Schüter gefallen! Schüter gefallen! Er kann versuchen uns da durchzuhacken, aber Rasputin freut sich wahrscheinlich nicht darüber. Seine Systeme sind jetzt schon unter Stress. Es muss einen anderen Weg geben, um sie zu umgehen. Versuche einen Weg zu finden, um direkten Zugang zu den Systemen zu erlangen. Das könnte unsere einzige Möglichkeit sein. Schüter gefallen! Er ist nicht gerade erfreut. Du bist durch. Das allein zählt jetzt. Diese ganze geballte Kraft. Eines Tages werden wir eine Kommunikation mit dem Kriegsgeist aufbauen, mit ihm sprechen, ihn verstehen. Sollten wir jemals ein zweites goldenes Zeitalter erreichen, dann mit Rasputin an unserer Seite. Sollte. 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 Das war's für heute. Füter gefallen. 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 Füter gefallen.